halli hallo halli ich bin wieder ls 19 landwirtschaft simulator 2019 und zwar wollen wir uns heute anschauen schweinezucht schweinezucht ja von anfang an was brauchen wir wie geht es und so weiter und so fort so wir fangen mit null an wir fangen wieder mit normalen spielstand an schwierigkeitsgrad normal farmmanager und als erstes machen wir eigentlich das so damit wir uns wieder das stück land kaufen und zwar hier das feld nummer 20 damals gleich zum bauplatz dazu und ja das ist eigentlich gerade erst mal das beste kaufen wir mal jawohl wir haben 1,2 millionen auf dem konto so jetzt ist das unser star und jetzt werden wir anfangen so wir haben noch eine million und damit versuchen wir jetzt eigentlich schweinezucht zu betreiben so unser grundstück geht bis dahinten und da haben wir so einen schönen platz dazu kann man natürlich hinstellen wo man will als erstes machen wir noch mal das helfer menü an und werden erstmal ein schweine stall kaufen so da gehen wir dann hier bei dem häuschen drauf tierhaltung klicken da mal rein und kuhweide haben wir das letzte mal gezeigt alles über kühe und hinten kommt schweine stall schweine stall 100 schweine oder 300 schweine beim kuhstall haben wir mit einem kleinen kuhstall angefangen und hatten zum schluss noch geld übrig bei den schweinen fangen wir gleich mal mit dem großen stall an würde ich mal sagen und platzieren den hier auf der karte da können wir dann schauen oben sehen wir noch wie teuer das wird je nachdem wo ich das hinstelle wird es so teuer wie es angezeigt wird oder halt teurer so wie stellen wir den am besten hin damit wir überall dazu kommen ich würde sagen so sieht nicht schlecht aus können wir links und rechts noch vorbei fahren und platzieren den einfach mal da so und schon haben wir einen großen schweine stall können wir da glaube ich füttern da kommt wahrscheinlich wasser rein das futter kommt hier rein hier können wir die schweine kaufen und das werden wir gleich mal machen ein schwein kost 1500 und da können wir noch ein paar schweine kaufen wir haben noch 800.000 auf dem konto wir werden mal ein rosa schwein ein weißes ein schwarz weißes und schwarzes kaufen bestätigen jawohl so dann haben wir schon die ersten tiere hier drin und die haben noch gar nichts die haben kein wasser die haben kein stroh und die merkt schon da müssen wir noch einiges machen aber die machen schon ordentlich geräusche wenn wir jetzt hier ins tiermenü gehen sehen wir schweine und den zustand sie haben noch keine gülle produziert kein mist produziert und schweine da wollen wir natürlich züchten also die sollen sich fortpflanzen haben auch noch nichts und die machen auch nichts sobald wir hier nichts reinschmeißen und da sehen wir schon was wir alles brauchen an nahrung mais weizen gerste sojabohnen raps sonnenblumen kartoffeln oder zuckerrüben also wenn da ein schrägstich drin ist ist es das oder das also wir müssen weizen oder gerste nicht beides wir könnten sojabohnen raps oder sonnenblumen eins von den dreien und kartoffeln oder zuckerrüben das alles voll ist hier das schwein sauber ist wasser hat und stroh hat produziertes 100 prozent und umso schneller ist die reproduktionsrate das schauen wir uns jetzt aber an so und um diesen schweine stahl zu betreiben bräuchten wir natürlichen träger macht natürlich sinn wir müssen wasser transportieren wir müssen irgendwie futter transportieren und das machen wir natürlich und kaufen wir uns mal da ein bisschen was an technik so traktor was nehmen wir dafür ein traktor ich habe ganz gute erfahrung gemacht hier mit diesen fendt favorit 500 ist eigentlich auch sehr günstig in der anschaffung muss ich sagen bei den kühen haben wir den valtra serie n genommen war ein bisschen teurer in der anschaffung hat uns bisschen mehr gekostet ich würde sagen wir nehmen jetzt mal den alten fendt hier konfigurieren den noch ein bisschen kommt er noch ein bisschen teurer so sieht er aus können wir da noch reifen wählen verschiedene so ich würde sagen da so breit reifen ist nicht schlecht motor 115 ps können wir bis auf 150 ps machen kostet kleines bisschen mehr so und ein frontlader brauchen wir noch und leider um die schweine nachher auch sauber machen zu können so würde das ding dann aussehen kostet uns fast 100.000 97.000 kostet ding so da kann man schon mal das ja gut so dann brauchen wir da noch ein bisschen technik so bei tierhaltung brauchen wir wieder wasserwagen kaufen war jawohl ok haben wir kostet 9500 reicht aus so dann brauchen wir noch was um stroh reinzuschmeißen und da gibt es verschiedene sachen das können wir hier alles vorne dran hängen oder hinten und das ding das können wir auch mit strobe füllen dort finde ich eigentlich noch ganz cool weil das müssen wir können wir da mitten hier können wir die ballen einfach reinschmeißen das sind ja noch gut und schön und da bin ich mir nicht sicher aber das kann ich am frontlader ran machen sehe ich gerade das kann ich wahrscheinlich der hydraulik dran machen und das da keine ahnung vielleicht am teleskop lader oder so so ich würde sagen wir kaufen das mal für 3000 für 2300 und das coole ist es hat dann noch so eine ballen gabel mit dazu bin ich der meinung okay das ding kaufen wir mal jawohl ok und da unser trecker nicht so richtig schwer ist würde ich für das teil vielleicht noch irgendwie ein gewicht kaufen was ich vielleicht hinten am trecker dran machen kann damit wir da ein bisschen gegengewicht haben vielleicht wäre das da nicht schlecht 1000 kilo klassik oder normal ich kann keinen unterschied feststellen aber okay kaufen wir das mal so dann haben wir das schon ein bisschen was wasserwagen ein gewicht und lade für den frontlader brauchen wir noch eine die frontlader haben wir noch gar nicht gekauft brauchen rein so da würde der kleine reichen da können wir auch noch farbe wählen aber jetzt die richtige genommen klassik jawohl und dann brauchen wir noch so eine schaufel um eigentlich den dreck weg machen zu können und später auch misst laden und so weiter man muss das natürlich nicht hier in diesen farben nehmen wie ich das mache man kann das natürlich auch so lassen wie es ist okay dann haben wir das dass das jetzt brauchen wir noch ein bisschen futter nein wir brauchen noch um futter zu transportieren wäre natürlich noch so eine paletten gabel ganz gut so wenn wir nämlich bei futter schauen da war big bags da sehen wir hier vorne schweine futter da sollte schon alles drin sein wir kaufen wir haben ja noch nichts so jetzt haben wir noch 692 1000 so da würde ich mal sagen wir machen die schaufel ran dann machen wir die gabel dran mit der gabel können wir natürlich gleich mal das schweinefutter aufladen das ist übrigens der schöne träger was wir da gekauft haben der ist eigentlich ganz okay und die aufgaben was er hier zu erledigen hat reicht der völlig aus kostet rund 97.000 damit kommen wir erst mal hin so schweinefutter haben wir erst mal geladen dann nehmen wir gleich noch den wasserwagen mit da können wir nämlich die schweine schon füttern und wasser geben jawohl so wasser holen wir einfach wieder vom vom see oder vom teich hier so schauen wir mal die palette nicht verlieren hier big bag es gibt natürlich auch platzierbaren wassertank da können wir das auf den hof stellen müssen wir dann aber auch das wasser zahlen so hier kostet das nix das natürlich ist regenwasser das ist quasi bio wir machen bio schweine so und da war ja keine frucht irgendwie haben mais weizen oder gerste oder irgendwas anderes können wir da erstmal mit den big bags arbeiten und die schweine versorgen aber das schauen wir uns jetzt mal an so der trecker schafft das natürlich hier locker so und wir werden großen schweine stahl gekauft da können wir noch ordentlich schweine reinhauen statt futter das reicht natürlich nicht lang so und umso mehr tiere wir rein machen umso mehr futter brauchen sie auch so und da laden wir erstmal das wasser ab und wenn man da wieder ins tiermenü springen sehen wir eigentlich wasser haben sie sauber sind sie auch 800 liter wasser wenn wir mehr schweine haben kriegen wir auch mehr wasser rein zehn prozent produktion also wenn sie wasser haben sind sie schon ein kleines bisschen zufrieden so dann haben wir hier noch futter so das müssen wir bloß darüber halten dann geht es hier unten auf und geht eigentlich da rein ist minimal das sage ich mal aber wenn ich das richtig interpretiere haben die jetzt eigentlich alles an futter was die schon brauchen aber da gehen wir auch ins menü und da sehen wir schon haben sie mais weizen soja raps oder sonnenblumen ist es von allen was drin wenn das ist wenn das gegeben ist fangen die eigentlich schon an zu produzieren dann werden die irgendwann glücklich die brauchen jetzt noch stroh denn sind zu 100 Prozent glücklich fangen dann an sich lieb zu haben und kleine Schweinchen zu machen ein kleines Schweinchen gibt es dann natürlich nicht das ist nicht animiert damit die irgendwie wachsen oder so finde ich noch schade aber wir probieren das gleich mal aus so ich lass jetzt die paletten gabel da liegen weil jetzt haben wir noch das gerät mit dem stroh das liegt jetzt noch beim händler das holen wir jetzt mal ab das sollte hier am frontlader ranpassen aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an so immer erstmal das gewicht hinten dran klingt komisch aber wenn ich vorne was schweres dran hänge jetzt muss ich noch jetzt gibt es da noch was cooles jetzt hänge ich das mal da dran das schafft er aber was jetzt noch cool ist ich habe einen ballenspieß mit dabei den kann ich da abmachen und jetzt gehen wir wieder ins menü rein und gehen da wieder bei der ballentechnik rein und da kaufen wir Stroh Weizenstroh aber rundballen würde ich sagen passt da eigentlich rein so nehmen wir mal einen kaufen jawohl ok so der liegt jetzt da den würde ich jetzt da mal reinschmeißen sieht nicht ganz so glücklich aus wie ich ihn da rein buxiert habe so so sieht es schon besser aus das ist ja ganz schön und gut aber ich kann gar keinen anderen ballen mit transportieren so jetzt fahre ich einfach mit der gabel da wieder rein und normalerweise haben wir dann die ballen natürlich auf dem hof und jetzt fahre ich dann mal zum hof ich weiß gar nicht ob ich das irgendwie zuklappen kann sieht nicht so aus so aber wenn ich vernünftig fahre kommen wir auch so zum hof und das würde ja beim hof denn stehen bleiben und da müssten wir später bloß Strohballen uns besorgen kaufen oder irgendwann selber herstellen wie gesagt wir haben noch 600.000 auf dem Konto da kann man noch einiges Equipment dazu kaufen Stroh können wir aber bloß mit dem Drescher bekommen oder halt kaufen so und dann haue ich das ganze Zeug hier einfach rein super animiert so dann geht da langsam Stroh rein irgendwann ist der denn der ist jetzt noch nicht weg aber das macht nichts den kann ich jetzt da hinstellen und da stehen lassen und wenn sie wieder was brauchen kann ich wieder was rein machen alles klar so dann gehen wir nochmal ins Menü und schauen wir mal jetzt so jetzt haben sie wirklich alles jetzt haben sie Stroh Wasser Sauberkeit 100% Mais haben sie Weizen Soja Kartoffeln äh ist natürlich recht teuer das Futter wir bräuchten natürlich da noch mehr Futter damit sie da überhaupt produzieren wir können da ruhig hinten das Gewicht dran lassen so als Gegengewicht ist das ganz okay und wir können uns jetzt einen Fallenwagen kaufen da könnten wir die Big Bags draufstellen zum hochfahren damit wir nicht andauernd äh hin und her fahren müssen aber wenn es erstmal aufgefüllt ist sag ich mal ist es ja dann nicht mehr so viel was wir da jeden Tag holen müssten aber äh die Big Bags ist meiner Meinung nach ja so eine Übergangslösung wie ihr seht haben wir jetzt schon 1000 ausgegeben fürs Futter Reproduktionsrate wird noch gar nicht angezeigt also das dauert gerade noch ein bisschen so wir würden aber nochmal so ein Schweinefutter kaufen so was wir noch vergessen haben wenn wir ja da Tiere Tiere verkaufen wollen brauchen wir natürlich noch irgendwie einen Anhänger damit wir die verkaufen können wir können das natürlich direkt beim Stall machen aber wenn wir das direkt beim Stall machen wird uns da noch eine Gebühr erhoben wegen den abholen wenn wir das selber machen sparen wir das natürlich und wenn wir da äh äh tausende von Tiere irgendwann verkaufen dann äh macht das doch Sinn wenn wir was eigenes haben da können wir äh verschiedene Anhänger kaufen da komme ich gleich noch drauf zurück so das schmeißen wir auch gleich da rein so und im Tiermenü sehen wir dann wie sich das langsam auffüllt sollten wir jedenfalls ok Reproduktionsrate und so wird uns noch nicht angezeigt gar nichts eigentlich ähm müssten wir vielleicht die Zeit mal ein kleines bisschen schneller laufen lassen dann wird es nachher angezeigt weil bis das jetzt äh das Tier check damit alles da ist braucht es im Moment das ist nicht ganz so schnell das ist jetzt Produktivität 20% das sollte nachher bei 100 sein Reproduktionsrate weiß ich nicht bei 4 Tieren wird es 723 Stunden sein seht ihr und Mist haben sie schon 3 Liter Mist und Gülle produziert aber wenn wir da umso mehr Tiere wir haben umso schneller geht die Reproduktionsrate wir können das eigentlich gleich mal anschauen wir können ja da noch eins kaufen dann sehen wir auch im Menü was das nachher für eine Gebühr erhoben wird so wieso geht denn das nicht so und da sehen wir Gebühr 200 damit das her transportiert wird so wir machen mal 8 so und jetzt sollte die Reproduktionsrate ist denn schon auf 72 Stunden gesunken und umso mehr Tiere wir haben umso weniger Zeit braucht es nachher bis das wirklich wieder neues Schwein gibt also wir können mal schauen so jetzt habe ich mich sicher verzählt gab irgendwie ein paar mehr und wie ist jetzt die Reproduktionsrate immer noch gleich oh jetzt haben wir da irgendwie ganz komisch was zusammengestellt äh 9 9 nee 8 14 18 Schweine 18 18 Schweine jetzt sieht er jetzt hat sich das geändert ist bei 18 Schweine ist die Reproduktionsrate 29 Stunden ok wir kaufen mal noch vielleicht zwei Schweine dazu und schauen uns jetzt mal an ist es jetzt vielleicht bei 24 Stunden also jetzt müssten wir ja 20 Schweine haben nein irgendwie hat das schon wieder nicht hingehauen nein irgendwie hat das schon wieder nicht hingehauen ich glaube 21 21 Schweine Reproduktionsrate dauert natürlich ein bisschen aber jetzt sehen wir auch jetzt läuft die Zeit schneller jetzt habe ich mehr Schweine drin da ist das Futter auch schnell mal weg aber wenn das erstmal aufgefüllt ist sage ich mal dann geht es 29 Stunden bleibt es gleich ich dachte das ändert vielleicht noch das bleibt irgendwie bei 29 Stunden auch wenn ich da zwei Schweine mehr habe muss ich vielleicht noch mehr kaufen damit es irgendwie nachher auf 24 Stunden ist hätte man jeden Tag ein Schwein kann man sich das ausrechnen Schweine gehen ja hier im großen Schweinestall da noch etliche rein 200 Stück hätte ich gemeint äh da 300 Stück sogar 300 Stück das ist natürlich ordentlich wenn wir da 200 Schweine haben die alle mit Futter zu versorgen da macht es dann natürlich Sinn wenn man Selbstversorger ist wenn man das ein bisschen selber anbauen kann und so weiter jetzt wollten wir aber noch schauen jetzt sehe ich auch grad auf dem Schweine Stahl sind noch Solar Panel montiert also sehr ökologisch da müssen wir uns mal noch genauer anschauen was wird denn da produzieren wir noch Strom mit den Schweinen schade kann man da nicht rein gehen das ist ja schon gut damit man hier lang laufen kann ok und so wie es aussieht ist so ein Schwein 1000 wert 1500 kostet uns das aber wenn wir sehen wie viel jetzt wie viel Futter jetzt habe ich 2000 Futter rein geschmissen äh wie viel ich da rein schmeißen muss wie teuer das Futter schon ist damit ich da überhaupt ein Schwein verkaufen kann Wahnsinn so wir wollten aber noch schauen wie transportieren wir die Schweine Tierhaltung da müssen wir nochmal bei Tierhaltung rein gibt es ja nicht Tiertransport die haben extra Rubrik also da haben wir Pferdeanhänger das können wir nicht brauchen hier können wir 9 Schweine laden oder 6 Kühe oder 10 Schafe da können wir 14 Kühe 21 Schweine oder 24 Schafe oder da haben wir noch das amerikanische Teil können wir 36 Schweine laden 38 Schafe und 12 Kühe ok das sieht noch speziell aus amerikanisch zweistöckig wenn ich das richtig sehe ok kann man das ist das europäische ich weiß nicht ob das auch zweistöckig sein kann was kosten das Ding knapp wir kaufen das einfach mal damit wir das mal sehen dazu können wir natürlich günstig wir haben eigentlich noch ein bisschen Geld übrig günstig noch ein Lkw dazu kaufen und ich würde sagen weil wir da in Europa sind kaufen wir einen europäischen Lkw Farbe ist egal sagen sie immer so dann haben wir für 200.000 noch ein Lkw gekauft wo wir nachher Tiere transportieren können damit können wir dann auch zum Händler fahren Schweine abholen ist dann pro Schweine 200 günstiger und wir können auch die Schweine wenn wir sie verkaufen zum Händler fahren und sparen da auch wieder 200 also der Tierhändler ist eigentlich in der Stadt da unten da so könnte das aussehen Schweinetransporter Schweinestall und wenn wir da noch Schweine selber holen wird es günstiger Reproduktionsrate steigt dann natürlich und wenn wir da so ein Lkw verkaufen können nachher am Tag vielleicht oder alle 2-3 Tage dann ist das schon gar nicht so schlecht wenn wir da was haben wir jetzt 38 Schweine reinbekommen pro Schwein ein Tausender macht 38.000 das läuft so ich glaube nämlich hier ist der Viehhändler da können wir mal anhalten fahren wir da mal drauf so wir haben immer noch von unseren Startkapital Geld übrig ich würde jetzt mal noch die Zeit zurücknehmen jawohl und jetzt können wir eigentlich da aufs Menü gehen ganz normal neue Schweine aber jetzt können wir natürlich alles aussuchen Schweine wir können Schafe transportieren können wir natürlich nirgendwo hinbringen aber Schweine rosa und jetzt sehen wir jetzt wird da keine Gebühr erhoben jetzt gibt es da nicht noch eine Gebühr drauf so ich weiß nicht mehr wie viel Schweine ich habe das ist noch irgendwie bisschen schlecht angezeigt müsste ich da natürlich zählen 10 habe ich erst 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 24 die Anhänger ist voll okay das ist eine gute Info eine sehr gute Info bestätigen jetzt sind die da hinten drin kostet mir 31.500 okay und mal schauen so wie es aussieht ist es nämlich doppelstöckig es ist oben welche drin und unten welche drin okay das ganze gilt natürlich für die anderen Tiere auch außer Pferde da brauchen wir einen speziellen Anhänger Pferde Anhänger natürlich so um diese Gebühr zu sparen quasi sind das ja Lieferkosten so dann fahren wir mit dem ganzen Teil zum Schweinesstahl so da sind schon ein paar drin ich weiß gar nicht wo die alle hin wollen nachher so jetzt sind wir da angekommen und jetzt sagen wir mal verschieben vier Anhänger ist voll ich dachte der ist schon voll oder ist er leer wahrscheinlich meinen sie leer so jetzt sind die alle da drin meine Güte das gibt aber Rambazamba hier so Reproduktionsrate falsches Menü jetzt ist hier nämlich auch dreckig da müssen wir dann auch putzen Futter ist jetzt wahrscheinlich weg und ja ein bisschen ist noch drin Reproduktionsrate ist jetzt immer noch bei 29 Stunden da müssen wir die Zeit nochmal kurz vorlaufen lassen jetzt ist es bei 16 Stunden 15 Minuten das nicht schlecht jetzt haben wir da jetzt haben wir da ein paar Schweine ungefähr genau haben wir sag schon 42 Schweine das noch nicht viel also wenn das so ist dann geht es da mal richtig richtig schnell mit den Schweinen die Reproduktionsrate bleibt natürlich gleich egal wie ich die Zeit stelle so rein und raus kann ich da auch gehen die hauen nicht ab alles klar also das einzige Manko wir müssten irgendwie um Kosten zu sparen noch das Futter selber herstellen können dann wäre das ganz gut also aber da müssen da brauchen wir einen Haufen Zeug wir müssten Mais ernten wir müssten Getreide ernten wir müssten Kartoffeln oder Zuckerrüben ernten Sojabohnen Raps und so weiter also mit dieser Mischung mit den Schweinefutter ist das gar nicht so schlecht wenn es jetzt schon in 16 Stunden 15 Minuten wieder ein Schwein gibt weiß nicht ob sie das denn wirklich 1000 Euro verfressen haben könnte sich noch rechnen ok das war es eigentlich erstmal hier vom Schweinestall so geht das mit den Schweinen hoffe es hat euch ein bisschen weiter geholfen hat euch Spaß gemacht ihr habt da bisschen was gelernt und so weiter ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen macht's gut bis zum nächsten Mal Ciao Ciao so